So, jetzt habe ich ein Problem. Hier kriege ich die Kamera an. Hier ist nur ein Schalter. Eisiger IG220. Dieses Upgrade mit der Solarzelle und dem integrierten Akku ist gar nicht mal so verkehrt. Kamera geht nicht in den Menümodus rein. Ich muss die Kamera jetzt ausschalten. Wenn die Kamera jetzt in dem Moment auf die Speicherkarte zugreift und ich schalte die aus, bei Speicherkarten, die keine großen Schutzfunktionen haben, dann passiert es sehr schnell, dass die Speicherkarte kaputt geht. Okay, sie ist nicht kaputt gegangen. Sehr schön. Gespeichert wird in AVI. Super. Tonqualität ist okay. Ist nicht ganz so schlimm. Alles andere, das mit der Solarzelle, dieser Upgrade und vor allem die Solarzelle ist beweglich. Das ist cool, das ist gut durchdacht. Ich zeige euch jetzt die Aufnahmen, die diese Kamera gemacht hat. Sind ein paar dabei. Fuchs war hier ein paar Mal an dem Baumstamm. Ich zeige euch jetzt. Ich zeige euch jetzt. Vielen Dank. Das war's. So, eisiger IG2. Ich habe diese Kamera gerade abgeholt und ich muss sagen, die Aufnahmen sind gar nicht mal so schlecht. Auch der Ton ist gar nicht so übel. Mit dem eingebauten Akku und dem beweglichen Solar Palais und vor allen Dingen dem sehr attraktiven Preis ist das eigentlich eine coole Kamera. Mich stört aber dieser Schalter. Da habe ich so meine Bedenken. Wenn ich die Kamera ausschalte und die ist gerade dabei noch ein Video aufzunehmen, dann kann es passieren, dass die Speicherkarte beschädigt wird. Muss nicht sein, kann. Aber für mich ist das ein Problem, weil ich habe sowas leider schon mehrmals gehabt, dass Speicherkarten beschädigt worden sind und dass ich dann keine Aufnahmen habe. Deswegen ist es ein Makel. Vielleicht baut eisiger da noch in der Software was ein, dass wenn man die Taste OK zum Beispiel drückt, zwei, drei Sekunden lang, dass die Kamera dann ins Menü reinspringt, aufhört aufzunehmen und man dann die Kamera ausschalten kann. Das wäre für mich sicherer und attraktiver. Ich hänge die mal noch woanders hin und teste die mal ein bisschen länger. Was dann noch kommt mit der Kamera, das seht ihr in einem der nächsten Videos. Wenn ihr abonniert habt, dann verpasst ihr dieses auch nicht. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Bleibt gesund. Ciao. Euer Wari. Schloss eingefroren. Teil. Ist das besser? Ja, so ist es besser. Wenn ich ganz still sitzen bleibe, sehe ich aus wie ein dicker Haufen Schnee. Und mit dem beweglichen Solarpanel kriege ich das jetzt hin hier mit einer Hand.